Es handelt sich um eine äußerst beunruhigende Live-Aufnahme. Das ist der Backend Pacific Reaktor bei Seattle. Zeigen berichten, Sie hätten Gewehrschüsse gehört. Gefolgt von einer Explosion. Die EU-siedlichen, entwerlichen Personals fliehen Meilen in die Stadt von Detroit. Und die EU-Aufnahme an die Verfolgung hervor. Die Anfektiv der Verschuldung gegen Radioaktiv. Es folgt einer Live-Einspiegelung, Rohmaterial. Offensichtlich eine Absprache des KVA-Anführers Hades. Liebe Mitbürger dieser Welt, heute habt ihr Angst. Ihr habt Angst, weil ihr aus eurem Schluck gewirkt wird. Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Manche Momente brennen sich auf ewig in unser Gedächtnis ein. Wo waren sie am Tag, als alles anders wurde? Vor vier Jahren wollte ein Mann unsere Welt zerstören. Wollte ein Mann Dunkelheit über uns bringen. Dachten wir, wir würden es niemals überstehen. Doch das haben wir. Zusammen. Als sie verwundbar waren, gaben wir ihnen Kraft. Als sie krank waren, boten wir ihnen Heilung. Als Chaos herrschte, sorgten wir für Ordnung. Stabilität, Sicherheit, die Chance auf einen Neuanfang. Wer wir sind, wir sind der Weg nach vorn. Willkommen in Detroit. Zweieinhalb Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. Vier Jahre später. Vier Jahre schon? Ach du Scheiße. Danke. Warum nicht? Ey. Sind hier immer ein paar Daten? Nö. Mann. Die sind nie Daten. Wieso müsst ihr die auch immer verstecken? Aha. Hope Security Progress. Ja klar. So kommt eine Firma an die Weltmacht. Wow. Muss ja eine spannende Präsentation sein. Wie süß. Wären wir jetzt gescannt? Moment, Captain. Jo. Jo. Resident Evil. Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Ja. Danke. Madden. Madden 17? Doris. Doris. Ja. Mit mir synchronisieren. Autopilotaktiv. Ich will selber fahren. Bravo 2.1. Der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr takt. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt Blau in 5. Nicht vergessen. Wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Jupp. Verstanden. Bravo Ende. Division aus der Ego-Perspektive. Ich will auch so ein... Hi. Kannst du nicht mal ruhig stehen bleiben? Guck mich nicht so böse an. Ich gehöre zu dir. Darf ich jetzt selber fahren? Bravo 2.1. Passiert Linie Delta. Wachsam bleiben. Sag's doch. Division. Ich kann nicht glauben, dass das Detroit ist. So viel hat sich nicht geändert. Ha. Lass das mal die Detroit erhören. Obwohl, da soll's ja nicht so gut aussehen. Seit der Autokrise. Damals. Okay. Machen wir. Aktivität 100 Meter nordwestlich von eurer Position geordnet. Hat jemand von euch einen Kompass? Wo ist der Nordwesten? Okay. Schön langsam. Dürfte. Aber... Wer... Bist du bereit? Boah, das sieht geil aus. Prophet, sind bei Kontrollpunkt Blau. Durchqueren die Schule. Verstanden. Wir haben euch. Sieht echt geil aus, oder? Alter, das haben die echt geil rübergebracht, die Stimmung. Äh, ja. Ja, geh. Ich halte dir den Rücken frei. Tadaa. Tadaa. Wow. Scheiße. Das kannst du laut sagen. Wir sind Leichen. Sieht wie ein Räumtrop aus. Schutzanzüge fehlen. Schutzanzüge gelten jetzt als Feinde. Verstanden. Wenn die KVA getan vorgeht, könnte es mehr von ihnen geben, als wir dachten. Ups. Gewohnheit. Bei der Umgebung und so Leichen am Boden, äh, kommt direkt, äh, Zombie, äh, Gedöns. Auf mich zu. Okay. Ja. Ja, lass mich doch vorbei. So geht meine Treppe hoch. Kommst du? Äh, kurz warten. Hier lang. Okay, kann ich jetzt mit dir kommen? Na? Oh, Controller. Langsam. Aufpassen. 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 Passieren lassen. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Oh, oh. Au. Ne, brauchst nicht. Ich komm jetzt. Oh. Oder doch nicht. Dauert was. Okay. Mitchell, hier ist einiges los. Versteckt bleiben. Ja, ja. Keine Sorge. Kontakt. Was? Wo? Schnauzer-Handy. Na, danke. Ähm. Wow. Wie kann er mich sehen? So. Na, dann gehen wir einfach so durch. Kein Problem. Wow. Ah, 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 ah. Komm her. Komm her. Oh, tschüss. Oh. Also, Division so, wer weiß. Das wäre vielleicht noch geiler gekommen als jetzt. Besonders in der Grafik, ja. Da würde ich mich echt mega... Boom. Was ist hier was? Wow. Klatsch. Und... Weg mit dir. Stirb doch. Dann komm doch. Von... Wow. Gott, das ist so dunkel. Ja, ja. Mach das. Hallo? Ah. Ups. Feuer geduckt. Ja, ja. Ich komm ja... Ich komm ja schon. Was? What? Woah, 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 woah. Ich habe Was? Scheiß Hunde, ich hasse Hunde in Spielen Mann Was? Was willst du denn? Ähm, nein, ich bleib lieber bei dem hier, bei so dunklem Wetter Was tun wir denn hier noch so? Okay, nix, oder? Ich sehe nix Die KVR ist überall Auffüllen Munition Munition nicht aufgefüllt Woa, 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 woa Was? War hier noch jemand? Na, 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 na Ah, Mist Rein damit Wo denn? Um BAM! Ähm. Yeah. Weg da. Oh. Sorry. Ist hier noch irgendwas. Yeah. Lass mich erst mal. Der Wagen! Das ist unsere Deckung! Okay. Krankenhaus noch 100 Meter entfernt. Los! Joker! Gib uns Deckung! Schieb! Ja, Moment! Die geben uns ja keine Deckung hier! Da oben kommt noch mehr! Schieb! Ja, ja, komm jetzt, komm jetzt! Weiter, 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 weiter! Komm schon! Komm schon! Schieb! 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 So! Was für ne Deckung, wenn ich da den halben Glock rauszumachen! Au! 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 Oh, ich schlieke Polterbomb! Ähm. Ey. Und... So! Hier, wo ist das! So! Woa, 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 woa! Woa, 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 woa! Schieb! Nein, 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 nein. Schnauze in die. So. Ach, wirklich? Die sind noch weg. So, weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Na, danke. Machen wir. Erstmal muss ich die Waffe wechseln. So, gut. Okay. Nicht mit mir, Jungs. Waaat. Waaaat. Waaat. Okay, okay. Was? Jawohl. Okay. Los geht's. Slow-mo. Wieso mach ich? Au. Ich bin direkt hinter dir. 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 Feindliche Truppen sind im Anmarsch. Wir geben Deckung. Nehmt den Doktor. Jopp. Und bewegt euch. Ich würd lieber wissen, wer mich schützt. Das ist geheim. Ich will trotzdem so'n Anzug haben. Was, dass eine gute Idee ist, Boss? Wir haben wohl keine Wahl. Okay, na dann. Wollan? Verdammt, was war das? Keine Ahnung. Wow. Los! Äh, okay. Let's get ready to fahren! Los, los, los! Boah! Au! Okay, ich folg dir schon. Autsch. Yeah, ab und boop, boop! Oh, ja. Keine Sorge, ich hab den Gehrerschein. Ui! Wow. Autsch. Ja, ja. Ich seh's schon. Wiii! Ah, Musik von Audio Machine. Geil. Und Harry Gregson Williams. Ja, ich hab die. Manchmal kein Moose zu lassen. Ja, ja. Ich hab die. Verw fasciert. Ja, ja. So wird das gemacht.